Evolo bietet mit seinen neuen Fahrradbrillen K9 und K9T zwei stylische Modelle, die nicht nur durch ihr geringes Gewicht und den flexiblen Anpassungsmöglichkeiten überzeugen. Beide Brillen lassen sich perfekt an die jeweilige Nasenrücken- und Kopfform anpassen. Das verstellbare Nasenpad sorgt für festen Sitz und angenehmen Tragekomfort. Die Gläser sind austauschbar und werden mit drei verschiedenen Varianten für unterschiedliche Helligkeitsstärken geliefert. Der Absorptionsgrad entspricht dem UV400-Standard. Beide Modelle sind mit lediglich 19 Gramm beim K9-Gestell bzw. mit den 15 Gramm des K9T-Gestells sehr leicht. Die spezielle Kombination aus Kunststoff und Carbon ermöglicht zudem eine bemerkenswerte Flexibilität des Gestells. Die Gläser sind bruchfest und überzeugen durch ihre Polarisation mit einer klaren Durchsicht und einem kontrastreichen Bild. Das Modell K9T bietet zudem die Möglichkeit, ein Innengestell für sehgeschwächte Brillenträger über ein einfaches Klicksystem zu montieren. Dies ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der Nutzer kann sich dadurch beim Augenoptiker Gläser mit individueller Dioptrienstärke in den Innenrahmen einpassen lassen. 49,95 Euro für die K9 und 99,95 Euro für die K9T.